Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Meine wussten das, die Journalisten wussten es alle, dass ich schwul bin, aber viel hat es auch gar nicht interessiert. Und ich hatte auch die Auffassung gehabt, das ist Privatsache, das hat eigentlich die Öffentlichkeit gar nicht zu interessieren. Aber ich hatte instinktiv das Gefühl, weil das ein komplizierter Vorgang war mit der Abwahl Liebkens und mit den Stimmen der PDS, dass es nicht einfach wird. Aber eine große Überlegung, dazu war gar nicht die Zeit, auch eine Abwägung, ist es gut, ist es schlecht, schadet es mehr oder hilft es, die gab es überhaupt nicht. Und dementsprechend gab es den Satz auch nicht. Ich habe irgendwann nochmal die Rede nochmal gefunden und durchgelesen, also am Ende der Rede sollte was kommen, das war klar, aber es stand nichts drin, was. Und der Satz war überhaupt nicht klar. Hätte auch sein können, ich bin schwul und dafür muss ich mich nicht rechtfertigen oder weiß ich was. Also, aber es kam aus dem Bauch heraus und deshalb war es auch so überzeugend, höchstwahrscheinlich. Und die Formulierung, da haben viele sich abgearbeitet, also was meint er mit dem auch? Ja, also es war ganz höchst kompliziert, aber es hat gesessen.